Das ist nicht mehr. Da war eine andere Strasse. Da war eine andere Strasse. Da ist übrigens auch ein Doppelpack von Gegnern. Nicht wurscht, die haben wir gleich. Das Gegner Doppelpack jetzt noch. Geil. Das war geplant. Das war geplant. Lola, sie kommen schon erst hier wie gesehen. Sie sind einfach mal laufen. Das war geplant. Jetzt fahrst du doch mal den Weg. Oh Dreck! Warum fahr dich ein LKW mit der Autobahn abweh? Dann genau über die Kreuzung drüber. Ich fahr mit zu dem Doppelpack Gegnern. Ich fahr mit zu dem Doppelpack Gegnern. Ich fahr zu den Doppelpack Gegnern und dann killen wir dich. Doppelpack? Ja, zu den Doppelpack Gegnern. Also gibt es einen Preisnachlass, wenn sie das Doppelpack doch trotzdem noch mal Doppelkast. Natürlich, Mengenrabat. Wie fahrst du denn sie? Wie fahrst du hin? Weiß ich nicht wo der Doppelpack Gegnern ist? Ja, da wo die Zwo... Da wo die Zwo... Ey, das blitzte Auto wird uns begabten. Sehst du das? Mhm. Ja, irgendwie... Roland... 2 Minuten... Chill. Ich kann ja keinen Weepo hinzipsen. Nein, der ist schon nicht gesetzt. Da vorne bei dem Store, wo die zwei Läser... Äh, wir haben den Kanal überhaupt keinen Weepo hinzipsen. Ah, der Gesicht. Der Gesicht da auch nicht. Ja, der Gesicht. Hallos, 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 Hallos. Gehen wir hier und hören wir uns das Bargate. Wie geil, der geflogen ist. Wie geil, der geflogen ist. Guten Tag! Die haben wir. Loll! Du bist ja der Besserwurst. Wow, das war ja echt toll. Okay, ja, ich muss zur Feuerwehr. Wir müssen mit unseren Tanz einüben. Ja, war ein Abschuss. Letten Abend. Pff, wie scheiße bist du eigentlich? Pff, wie scheiße bist du? Alter, wie feier aus heute. Schüsse durchs Herz. Wow, siehst du das? Ey, mein Messer ist rot. Schau dir mir das an. Scheiße. Ey, die Sumpe, ja. Da sehe ich die Sumpe. Na ja, der ist auch übersch... Da sehe ich die Sumpe, ey. Hallo, Pamule Pollen in 559. Du bist auch verreckt! Wie hast du das gemacht? Was denn? Du bist auch verreckt! Wie denn? Ja, und da war Polizei. Ja, du stirbst wegen der Polizei. Wolltest du mich verarschen. Jetzt habe ich einen Traktor. Ist das nicht wunderbar? War geil, ne? Bitte! 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 Warte! Warte! Nein, da habe ich mir Spaß. Der Salvo 007, der ist länger als zwei Sekunden in meinem Stream bleiben. Das ist ja ein Rekord. Woah, geil! Woah, fleißig! wash, danke! Nein, das ist geil! Das ist geil! Das ist ja got! Es decimalker. Okay, also ich muss zu Firewehr. Wir machen jetzt zu der Tanz, und ja... und das müssen wir allstudieren. jetzt Sterbiole an den Kämmern zu zu schütteln der Welt kann ja auch das ist wir haben wir immer zu tun ab und so ist ich muss dann vermaßt das Land hat sein als Besitzer Klaus Mozes bei der Feierwürfung und spiel alle machen die Feuerwehr Genau, den Feuertanz, dann den Regentanz, den Regen tanzen, feuerlos, jetzt weißt du es auch, schau. Genau, wenn euch das Wasser mehr ausgeht, dann könnt ihr den Regentanz machen, das ist ja interessant. Ja genau, den muss man in den jungen Jahren schon studieren, weil später geht das noch nicht mehr machen. Mhm, genau. Also wie gesagt, du musst losgehen. Ja, servus. Servus. Okay, ja, dann werde ich den Stream jetzt auch.